Einerseits, dass ich einfach nur hier drauf gehen muss, aber alter, hier ist Rüstung, dann hat er automatisch schon alles dran. Ich denke mal, so ist das auf jeden Fall. Die komplette Rüstung, die noch eine komplette Rüstung. Ist auch schon schön, dass man... Seht ihr das? Ich finde das schön gemacht. Dass er einfach alles so stehen hat und so weiter, wisst ihr, ich meine? Ich will nicht interagieren, dann kann ich ja noch interagieren. Hey, ne? Untersuchen kann ich nur, ne? Keiner steht, wenn der andere Wache ist. Ohne sich hier zu berühren, hüten sie uns beide gemeinsam. Schönen Tag und Nacht. Das ist alles, was mir gerade so einfällt, sein könnte. Ja, ihr Opfer. Wenn man einen Sigurd ist, hätte ich hingehen, krieg ich immer alle irgendwie nicht. Na ja. Ne. Willst du das Buch sehen? Erstmal genau, willst du mal das Buch sehen. Ich finde, ich stehe die Räsenare auch dabei, weil ich finde, er hat schon verdient. Ja, doch, ne Claudia. Willst du das Buch sehen? Mit Eddie alle, den Schlüssel, ne? Das soll ich auch mal so sagen, ne? Waffen einfach fehlt mir noch. Krass. Ach. Bis bald, Ezio. Jetzt ist ein Storzer. Ich wollte mir noch was probieren. Hallo, Unter Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, natürlich, ich muss das Buch sehen. Ziele, Ort, Fahre, Ruf, 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 Ruf. So, 94 sind, glaube ich. Dress von Ezio's zählen. Über 8. 30 gemähte, 6 siegzünder. Okay, Fehlern fehlen uns noch. Und eine Waffe. Und auch Fehlern? Eine Waffe fehlt uns? Krass. Bis bald, Ezio. Nehmen wir 100%. Aber ich hole nicht alle für 100 Fäder. Das könnte vollkommen vergessen, Jungs. War eigentlich nicht. Ist der dabei? Das ist wirklich echt schade, dass ihr und gerade jetzt nicht dabei ist. Tut mir leid, Jungs. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen hat. Nun gut. Vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codexseiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Ach, man muss sagen, dass du sogar schnell schnell ein bisschen auf uns bist, ne? Ähm. Na, dann haben wir das jetzt schon, ne? Ja, bitte. Das war es einfach. Es ist eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft. Sie ist anscheinend in Rom. Und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Codex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Ich bin soweit. Ich brauche nichts mehr. Jungs, ich brauche nichts mehr. Deswegen brauchen wir weiter. Rom ruft uns, Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Jetzt. Ich muss nach Rom reisen. Oh nein, wollte ich gar nicht. Spaß. 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 Spaß, Jungs. Nee. Oh, 1499. Was kann ich mir ein? Okay, egal. Ich würde sagen, Finale ist am Rufen, meine lieben Freunde. Hallo, geht doch auch. Ach, mein lieber Freund, it's your. Die Spania töten, wo ist denn erlaubt? Die Spanze, die Spanze. Die Spanze, die Spanze. Die Spanze, die Spanze, die Spanze. Also, wie du musst du dich nehmen? Was ist das? Das war's für heute. kein bisschen leide den falschen anführer gewählt ich habe mich erwähnen können aber nein das wollten wir nicht kann man ja nicht ohne cool gewesen Hey. Aua. Schon ein bisschen weggetan jetzt, ne? Ach, Jungs. Jetzt, was willst du tun? Was willst du tun? Schnapp den! Avanti, Avanti! Assasino! Assasino! Hör! Oh, ho, 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 ho! Arme Knickerls, Alter! Arme Knickerls. Boom, boom. Oh, ver... UAAAH! Nein, nein! Schieß die Tore! Haltet den Eindringling! Nein, das ist gar nicht gut. Nein! Hey, oder was geht da? Tope dein Gesicht! Böse! Dann werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal durchreisen. Aber nein, natürlich nicht! Das reizt mir einfach nur Spaß! Ey, klatsch! Klatsch! Sucker, Alter! Ich fiel dir ein bisschen damit. Ja! Ha-ha! Ha-ha! Fuck nicht, Kina, Alter! Das ist aber fertig! Das ist aber fertig! Ich kenne diesen Mann! Oh! 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 Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Moin. 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 Hallo. Ich glaub es nicht, Alter. Ich glaub es nicht. Geh, 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 der kommt hier! Jawohl, das geht weg, das geht weg. Der erste weg. Ich bin hier, schnapp mir den Bastard! Hurra. Der Bastard. Der Unteressen-Bastard. Hat er nicht gesagt. Okay. Wiederholtes. Schwer ich aber leider nicht. Gut. Na gut. Ich meine... Achtung. Achtung. Ja, Ragazzi. Ja, ich hab ihn von Ragazzi. Ragazzi. Er chillt auf sein Leben. Er chillt einfach so. Er chillt einfach so. Ach, ich fehlen noch. Er wird nicht in die Welt. Er wird nicht in die Welt ausdoben. Hör da. Das ist gar nicht. Das ist ja lustig, ne? Das ist ja witzig. Das wollte ich aber nicht. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Und dann haben wir hier einfach mal alles wieder, oder? Die Freunde. Ne, wir gehen hier alles wieder. Oh, das ist ein Schalter. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ja lustig. Aber warum? Vielen Dank.